Zu den Grundvoraussetzungen erfolgreicher Reden und Präsentationen gehört eine klare, präsente Zielsetzung. Nur Hand aufs Herz. Mein Eindruck ist, dass das ziemlich oft zu kurz kommt. Weshalb ohne Ziel keine Rede oder Präsentation gehalten werden sollte? Deshalb. Carsten Urk, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Aus meiner Sicht ohne Ziel keine Präsentation. Wozu denn auch? Die meisten von uns, sowohl Redende als auch Zuhörende, haben auch anderes zu tun. Also zuerst genauestens das Ziel definieren und erst dann den Redebeitrag planen. Ohne ein klares Ziel vor Augen kommt es zu mehr oder weniger ziellosem Gerede. Und damit tust du weder dir noch dem Publikum eingefallen. Wenn du Aufwand betreibst, dann wirst du dafür einen guten Grund haben, oder? Und den solltest du kennen. Also willst du erreichen, dass dein Publikum Anschluss mit bestimmten Meinungen, Vorstellungen, Wissen oder etwas anderem von dann zieht, dann denk darüber nach. Willst du informieren? Willst du unterhalten? Willst du inspirieren? Willst du motivieren? oder noch besser? Willst du etwas Konkretes in Bewegung setzen? Deshalb ist es so wichtig, das Ziel von Reden und Präsentationen zu kennen. Das genaue Kennen des Ziels bei einer Rede oder Präsentation ist aus mehreren Gründen äußerst wichtig. Erstens Fokus und Struktur. Ein klares Ziel hilft dabei, die Rede oder Präsentation strukturiert und fokussiert zu halten. Du kannst die wichtigsten Punkte hervorheben und unnötige Informationen weglassen, was die Verständlichkeit und den Fluss verbessern. Erst wenn du dein Präsentationsziel bewusst hast, kannst du wirklich kompetent entscheiden, wie du deine Präsentation aufbaust. Hier machen sich Menschen viel vor. Schließlich willst du ja überzeugen. Du willst deshalb alle Elemente der Präsentation im Ziel dienend ausrichten. So liefert das Präsentation. Das Präsentation hat auch die Basis für Inhalt, Aufbau und Gestaltung. Sorg dafür, dass du es im Auge behältst. Was nicht zur Zielerreichung beiträgt, gehört nicht in die Präsentation. Zweitens Zielgruppenorientierung. Das Ziel beeinflusst, wie die Präsentation auf die Zielgruppe zugeschnitten wird. Je nach Ziel kannst du den Inhalt, den Ton und den Stil anpassen, um die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums zu fördern. Drittens Effektivität der Botschaft. Ein klares Ziel stellt sicher, dass die Botschaft der Präsentation klar und prägnant vermittelt werden. All das hilft, die Zielaussagen zu verstärken und sicherzustellen, dass das Publikum die Kernpunkte wirklich versteht und vor allem sich später daran erinnert, hoffentlich auch etwas tut. Viertens Relevanz. Wenn das Ziel bekannt ist, kannst du sicherstellen, dass alle präsentierten Informationen relevant und nützlich für das Publikum sind. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Präsentation gut aufgenommen wird und vor allem einen positiven bleibenden Eindruck hinterlässt. Fünftens Motivation und Überzeugung. Ein klares Ziel hilft, Rednern und Rednerinnen selbstbewusster und überzeugender aufzutreten. Wenn du weißt, was du erreichen möchtest, dann kannst du einfach besser argumentieren und das Publikum motivieren, dazu zu bringen, die gewünschte Handlung zu vollziehen oder eine bestimmte Meinung genauer zu betrachten, sie vielleicht sogar zu unterstützen. Sechstens Messbarkeit des Erfolgs. Wenn das Ziel klar definiert ist, kannst du den Erfolg der Rede oder Präsentation besser messen. Du kannst überprüfen, ob die gewünschten Ergebnisse erreicht wurden und du kannst gegebenenfalls Anpassungen für zukünftige Präsentationen vornehmen. So kannst du dich weiterentwickeln. Insgesamt trägt das genaue Kennen des Ziels wesentlich dazu, weil das in der Rede oder Präsentation wirkungsvoll, zielgerichtet und ansprechend ist. Schriftform. Ernsthaft. Schreibt das Präsentationsziel auf und behalte es während der gesamten Vorbereitung im Blickfeld. Orientierung bei der Formulierung des Reduziers liefert das sogenannte Smart-Format, das ich in einigen Beiträgen beschrieben habe. im Schwanzgalopp. Ziele. Mehrzahlen. Genau genommen gibt es einige Ziele als Redner. Viele denken, es gäbe nur eins. Es gibt die Ziele des Auftraggebers und die Ziele der Teilnehmer. Das ist zu beachten. Mindestens. Mindestens. Da kommen noch ein paar dazu. Im Blick behalten. Stell dir bei jedem Schritt deiner Präsentationsvorbereitung immer wieder die Frage, ob etwas zu erreichen des Präsentationsziels beiträgt oder nicht. Sehr häufig tauchen bei der Vorbereitung durchaus ansonsten interessante Ideen auf, die an dieser Stelle jedoch keinen echten Beitrag leisten. Wir verlieben uns dann oft. Also mir geht das vor eine bestimmte Formulierung oder Inhalte. Aus persönlicher Begeisterung ist der Hang dann sehr groß, diese Ideen irgendwie unterzubringen. Doch solche Verliebtheiten dienen nicht dem Präsentationsziel. Es ist dann viel besser, sie für spätere Gelegenheiten aufzuheben. Sichern, aufschreiben, notieren. Später wieder Entstauben, notieren. Ja und? Wie stehst du zur Bedeutung von Zielen bei Reden und Präsentationen? Teil deine Erfahrung. Deine Fragen. Und auch respektvolle Kommentare sind willkommen. Du hast etwas zu sagen? Naja, dann sorgen wir dafür, dass es die verdiente Chance bekommt. Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Damit du uns deine Botschaft überzeugen. Ich sage, wie sie sind, aufschreiben. Ich sage, wie sie sind. Ich sage, wie sie sind. Betrob, die du siehst. Wie ich siehst. Das ist irgendwie so shiftier. Vielen Dank.